moin moin freunde der solige wohlfühle atmosphäre hier ist wieder spielverliebt auf spielverliebt tv ich hab noch was entdeckt wie ihr hier durch die welt ganz schnell durch können weil ihr könnt hier wie gesagt euch nicht raus teleportieren das heißt wenn ihr sowieso keinen bock habt hier zu sein flitzt ihr hier lang ich weiß nicht ob das in der urversion auch schon ging was ich euch gleich zeigen will folgendes könnt ihr euch den ganzen zenova hier sparen hier war mal ursprünglich ein drache also quasi hinter diesem lader lappen nach vorne hier die macht ihr ganz schnell weg die habe ich im anderen zusammenhang jetzt schon weg gemacht da kommen die typen natürlich auch doof jetzt gerade er dreht um oder nicht es ist die frage die kai ist nicht ohne so er lockt den drachen quasi kommt der andere jetzt nicht bis hier ran könnt ihr euch auch hier hinstellen also ihr müsst ein bisschen ja den den steg nenne ich das mal betreten da oben und ihm entgegen gehen dann kommt er bleibt aber hier stehen hat hier ungefähr seine krallen also da könnte ihn ganz locker hier weglutschen das war jetzt nicht mein anliegen jetzt habt ihr den drachen weglutscht wo flitzt ihr hier lang nur etwas entdeckt ihr könnt in dieses ledrige dinge rein glitschen ich weiß nicht was mit jeder waffe geht ich habe mich hierhin gestellt bin hier und habe diesen schlag gemacht denn geht er hoch so seitlich würde von vorne rauf haut passiert nichts bist du von dieser vielleicht jetzt auch von der rechten seite ich habe keine ahnung schwupps war der zugang frei und dann genau heute springt ihr hier runter und könnt ach so stimmt ja die ballern ja von hinten und könnt ich war schon mal in der welt stimmt ja das weiß ich gar nicht aber ich hätte sie eigentlich nicht bekämpft willst du mich bekämpfen ich glaube nicht nee ich hatte ja auch nichts getan ja machen wir machen wir machen wir oder nehme ich sie noch mit schnell und glaube ich auch ein trophäer ne oder warte mal halt stopp ich sagte in meinem letzten video doch dass der könig jeremia das nicht gedroppt hatte ich glaube das ist die gelbliche krone die ich brauche ich glaube das ist wirklich weil ich hatte von ihm auch nichts bekommen außer 30.000 wenn ich mich recht entsinne und jetzt liegt das hier ja ist ja nice also ich bekomme wohl jetzt bald den ring der gunst meinen ring der gunst wieder das ist die gelbliche krone die ich brauche um sie ins nest zu stecken ja das ist ja witzig dann zeige ich euch das noch eureka jump in the darkness so ich glaube ups ich kann jetzt gerade nicht die austaste drücken ich glaube das ist die die ich brauchte weil er hat mir auch gar nichts gedroppt das ist ja auch naja was heißt ungewöhnlich vielleicht vielleicht ich muss da nochmal googeln ob es wirklich die gelbe krone war die ich brauche oh das sind ein paar zu viel ok na kommst du mit dem nicht oh sind die schnell ok so ok jetzt soll ich mal ruhen gelbliche krone ich glaube das war die ja so weit so gut ich hoffe ich habe jetzt was ich brauche ähm und verbleibe mit einem ja pfalos symbolartigen etwas auf meinem kopf oder aber einer dicken beule oder so einem lutscher genau ein lutscher wo manche bosse doch ein paar lutscher darstellen mit einem lutscher gegen lutscher vorgehen ja aber eins steht fest äh für die sich vielleicht meinen speedrun angucken werden sofern ich ihn überhaupt äh rein stelle das ist so eine frage das ist nicht so easy wie bei dark souls 2 es gibt hier stellen gerade ein anolondo da oben über dieses dünne geländer da wirklich schnell lang zu laufen das ist wirklich ein speedrun killer ein zeitfresser sieht es fest und geht da gibt es auch ein paar dünne also gerade zum schluss ganz oben dünne stellen wo man echt aufpassen muss dass man von den vier ähm schwingbeilen da nicht mitgenommen wird die ja ziemlich dicht aufeinander gestellt sind also auch gerade aber gerade anolondo es wird für mich also ich glaube da muss ich ein zwei stunden bestimmt investieren um da oben auf diesem dünnen geländer da wirklich schnell lang zu flitzen ansonsten ja hängt wie gesagt vieles ab davon ob man die helle bade bekommt oder nicht denke ich mal ich habe aber auch gesehen die andere helle bade in der demo da lag die lag da wahrscheinlich schon immer weil sie jetzt immer äh auch noch da liegt die ist jetzt nicht so mächtig wie die hier aber vielleicht kann man das mit der auch schaffen ich bin gespannt ich bin gespannt bye bye und auf wiedersehen